Hallo, mein Name ist Erika, ich bin 43, hab zwei Kinder und ich spiele zur Runde LoL. Ich bin wirklich schön. Heute gibt es das Leona-Coaching mit Maxim. Dazu gehst du ins Custom-Game. Ich muss dir drei Grundmechanics beibringen. Oh, weia. Also, der erste Trick ist, jemand stellt ein Wort auf, was machst du? Äh, ich mach so, so, so. Genau, das schafft man meistens. Ja, richtig, guck mal. Der nächste Trick ist, äh, wenn du das E triffst, musst du Q nur drücken und kannst so machen und dann sie stun die. Aber ich mach da immer W und dann so und dann so? Und dann stun die immer. Weil alles, was sie geäht hat, fickt sie auch. Wenn du quasi unsicher bist, mit der Rumgeklicke, weil Kampf ist ja krass, mach einfach so. Und die nächste Kombo ist quasi, mach mal deine scheiß Kuller und hier ohne Wolle. Die High-Elo-Variante ist, du machst das E und du kannst deine Ult-Animation sparen. Das heißt, im E, wenn du dich schon so ranziehst, drückst du Ult. Die beste Kombo ist, wenn es jemand unmobil ist und du hast keinen Bock, dass er mit Flash reagiert. E, und du siehst, dass das E triffst, machst sofort Ult drauf und auch Q. Das heißt, E, Ult, Q. Mach mal. Ja, können wir jetzt ins Game, oder was? Jetzt können wir ins Game. Ich hoffe, dass es hier morgens um 9, dass es irgendwelche Hartz-IV-Empfänger gibt, die jetzt mit uns zocken. Obwohl, es sind Ferien. Ostern. Außerdem haben ja andere Länder auch Ferien, stimmt. Ich glaube, das ist nur so ein deutsches Ding mit den Ferien. Ja, ich meine, was ist denn das Wort für Ferien in Englisch zum Beispiel? Vacation. Oder auf Spanisch, Vacation. Vacation. Oder Holidays. Ja, während des Finns... Du hast es wirklich angelegt. Ja, und? Während des Finns... Warte, das ist auch mal ein... Das ist geil, oder? Es hat, ja, auch so... Tampions? So. Drei Stacks. Au! So, es gibt noch ein paar Picks. Also, Thrash counter dich ebenfalls in Jenna. Okay, wir nehmen Aftershock, weil es burnt im Ass. Ja, hier kannst du eigentlich eine Mollish nehmen. Das ist immer ganz geil, wenn du am Turret auch hast. Man kann das Boneplating, das ist selbsterklärend. Du musst Domination, nimmst du diesen Dash damit. Und Ult Reset. Ja, das ist halt... Ich meine, er hat es schon gewusst, bevor es passiert. Aber was machen wir denn hier? Ja, du nimmst mindestens einmal 10 EP-Links mit. So, und jetzt kannst du auswählen, ob du halt Ultra-Tinky sein willst. Ich glaube... Ja. Zweimal Armor, ja. Mit zweimal Armor kannst du ja nie falsch liegen. Es gibt halt keine... Also, es gibt ein paar schöne Mehr-Items, aber das sehen wir nachher noch. So, einloggen, sonst sterben. Worst Case, okay? Wir haben Tristana. Tristana wird immer wegspringen. Das heißt, wir machen nur EQ. Und dann machst du deine... Dann gehst du in die vierfache Kajouken, mindestens. Und Ult ist dort, wo sie landet. Okay, ist superschwer. Thrash ist eine andere Katastrophe. Weil er würde dich, wenn er das Gehirn eines Esels hat, oder drüber, dann würde er dich flayen jedes Mal. Also, wenn du... Das ist jetzt das Match-Up. Wenn du das schaffst, bist du der beste Leona-Spieler, den es geht. Uah! Uah! So. Mein Hals. Aber was ist die Variante? Wir waren ja gerade im Mode. Das ist jetzt ein Quiz. Kein Multiple-Choice. Ja, direkt Q. Also, EQ. Nein, E-Ult. Achso, ja. Ja, stimmt. Weil dann kann er nichts machen. Das ist so wie in Mathe früher. Ich denke mal, ich habe es verstanden. Und dann... Fünf. Und dann... Fünf! Hier würde ich nichts machen. Da bist du... Du musst aufs... Du musst... Also, das Einzige, was du machen kannst, ist halt die Minions killen. Oh, jetzt. Genau. Sehr gut. Die Minions quasi killen, damit du das Level 2 kriegst. Weil wenn die Level 2 kriegen, bist du tot. Ach so. Jetzt musst du weg. Ja, jetzt kriegst du aufs Maul. Kriegst du gleich Level 2. Flash. So. Und Ezo Tristana, aber stun den anderen Guy. Oh, nice. Stun den Guy. Ignite immer drauf. Genau. Hinterher. 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 Oh, schönes Heal. Ja, war gut. War gut. So, Relic Prog an dem Power Minion. Ab, 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 Alter. So. Aber jetzt probieren wir nochmal einen Engage Ping auf jeden Fall. Dass du jemanden töten willst. Oh, wei komm, wei komm. Thresh töten. Thresh. Full skill. Nee, Twitch, Twitch, Twitch. Kill him, ja. Oh, schönes E. Ignite. Und in Busch. Sehr gut. Das war, okay, das war ein bisschen zu krass. Okay, ich dachte, der hat Vision und kann mich ulten oder so. Hätte sie, die hatte ich geholtet. Deswegen warst du im Busch. Genau. Oh, nein. Oh, sie ist dumm. Ja, lässt sie sterben. Nein, niemals. Oh, Gott. Das ist ja ein Double kill für die gewesen. Okay, also wir haben eines auch gelernt. Wenn du Twitch seht, all in. Er ist dumm. Er ist wirklich dumm. Sonst nimmst du das Ziel, was deinem Jungle und dein Damage-Dealer am nächsten ist. Oh, wow, der die Box verbraucht. Ist der dumm. Da kannst du rein, da kannst du rein, da kannst du rein. Nein, du bist der Bitch. Und ich bin dead. Oh, du bist so super dead. Oh, super heal und stun. Ja, aber gut, ich fertig. Ah, du Asskopf. Wieso Asskopf? Naja, weil der Wort dort steht. Was kennst du denn davon? Ja, weiter, weiter, weiter. Den kriegst du. EQ und so weiter. Nice. Und weg. Weil Hooks. Und Pinkstie Kneid. Oh, dieser Sohn einer seiner Tochter, Alter. Oh, oh, oh. Jetzt, oh, der Twitch. Kill him. Aber das weiß die nicht, ne? Oh, ist die Blücke hier komplett dumm? Wo schießt die hin? Guck mal, du hast den fast alleine gekillt. So, aber das war, ich meine, das war jetzt wirklich die schlechteste MF, die man je gesehen hat. Also, wenn man sich da halbwegs abspricht, dann ist quasi Dings immer tot. So, du kannst ein bisschen roam, das geht auch immer. Das heißt, du kannst in der Mitte probieren, wenn die einen Dash raus hat, bist du übel lucky. Ein bisschen warden. Hier, hier ist, das ist ein guter Ward. Ja, die springen nicht, das ist gut. Ehe rein. Ja, aber die hat doch eine Ward. Na, what? Bata-ba. Bata-ba-tata-ba. Wenn ihr einen Dash raus hat, ist sie ein Opfer. Look at this. Und kabam, die verbrennt die olle Tüte. Oh mein Gott. Sag ich doch. Aber wir haben den Tower verloren. Der Tower verloren? Der Tower da unten ist seit zwei Tagen verloren. Ja, gut. Musst du wissen. Weiß ich auch. Oh, die weit. Ja, ja, ja. Sehr gut. Du machst ein E noch drauf, weil die werden noch ein bisschen brauchen, weil KS. Weil KS. Oh, weh, weh, weh. Oh mein Jesus, Jesus. Was haben wir über die Versicherung gesagt? Können wir zurück? Ich dachte, die kommen wenigstens mit. Nee, die kommen nicht mit. Niemals. Du darfst dich nie auf Teammates verlassen. Also, like, never ever. Wir sind ja hier in so einem ganz schwierigen Pfad, weil wir fieden. Und die Gegner scalen. Wir sind so ein Endliche. Wie gesagt, wenn du das Game gewinnst, bist du der beste Leona-Spieler. Weil das Matchup, du hast eine Matchup-Kacke, Mittler-Kacke, Top-Lehner, eine Katastrophe. So, der ist aber gut für Frauen. Jesus, sei Dank, Alter. Aber gegen Olaf kannst du nichts machen. Olaf denkt sich, hey, Leona, wer bist du? Rett einfach durch. Kann sich pielen. Oh, ja, ja, ja. Ult. Nice, Braun. Ja, die ist da. Ja, Mann. So, jetzt hast du aber leider keine Teammates mehr. Übrigens geht es, Zahne. Du musst gehen, du musst gehen. MF gibt ihr Bestes, aber sie ist halt ultra tot. Das war alles fein. Aber die können ja zwei Mages in der Hardcounter. Los. Hin, hin, hin. Guck mal, was der jetzt aus der macht. Guck mal, der ist eh getroffen. Der ist tot. Oh, das war so kurz. Das war wirklich kurz. Ja, das war wirklich klar. Aber du hast alles richtig gemacht. Oh, ja, ja, ja. Das geht, das geht, das geht. Ja, das tut weh. Und er wird jetzt ult. Oh, starke Ult Bitch. Ist auch nicht schlecht. Lock it. Yeah. Guck mal, die machen jetzt alle platzen. Ja, weiter. Und jetzt bist du tot. Aber das passiert. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist normal. Du wirst eh sterben. Du kannst eh nur rein. Pink jetzt auf jeden Fall den Barrel. Nee, du pingst ihn nicht. Du wartest ihn. Oh, wow, nicht helfen. Gibt es einen Sorry-Pink? Nee, ich habe doch schon alles geklärt. Ja, die Stimme. Das ist hard, I know. Nein, nein, nein. Warden. Und Bass. Bass? Nein, nicht Bass. Aber nur Warden. Das war es. Das ist ein ganz gefährlicher Zeitraum. Du facecheckst und bist dead. Oh, die wollen hier bumsen. Ja, genau. Die wollen nur bumsen. Oh, weiter, weiter, weiter. Die springt und dann machst du weg. Twitch, 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 Twitch. Ich bin ein Shortcaller, by the way. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Ja, 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 ja. Ja. Kibbidiwapp. Hast du Twitch gesehen? Ja. Wir haben den Vladimir, der der immer. Der deletet immer die Tristana. Und du gehst immer auf Twitch. So, Turret. Turret. Ignoriere sie. Ja, ja. Ja. Du hast ja wieder UL, du hast in 4 Sekunden Die ist tot Das war gut Das war intuitiv Und jetzt die Ratte, die Ratte UL zieht Ah, ah, ist so gut Ja, leicht Das ist basically okay Das ist basically okay Weil, wenn die UL vor Fee ist, 8% slow Kann sein Oh, ja Ah, ah Twitch, 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 Twitch Ah, du bist tot Opfer dich für die breite Masse Du bist kein Shutdown wert Ich habe ihn noch bekommen Ratte tot, hässlich tot Aber wir auch, alle der Aber jetzt, die Tristana holt jetzt 60 Kills Ja, wir haben Night 2 Nein, zwar muss aber trotzdem reaktiv benutzt werden Also wenn, wenn Vladimir hier in Spanien ist Dann nimmst du trotzdem Wai Nein, das ist nicht Spanien Oh, du Er ist doch in Spanien Bei Wai musst du nur leiden Ja, siehst du Oh, ja, 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 ja ULT, 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 ULT RABAM Oh, ich hasse sie Wir machen jetzt volle Konzentration Das ist jetzt so Wir ernähren uns der 35 Minuten Da ist das Game zu Ende Jetzt haben wir den Junker verloren Ja, das ist normal Wai haben wir doch Wir fangen doch quasi Der Teamfight beginnt mit Wai Ist tot Bevor der Teamfight beginnt Wir geben die Krone dem Typen Wir bleiben nur noch bei Wladimir Er ist der beste Spieler Er ist, er hat auch Look at this Er hat sie, hat er geklänzt Kann er nicht klänzen Er ist nicht tot Ja, weiter, weiter, weiter Ich kann, komm gar nicht hin Siehst du ihn Mach ihn zum König Das ist, das ist dein King Das ist deine, der Inneres Oh, ja, da, da Da muss alles draufhauen Ich weiß, keine CC Aber Burst Burst, Schmerz Boom, Alter Der Blatimir carry dich Nach Hause Der carry dich Der carry dich nach Hause Er macht hier schönen Frühstück Am nächsten Tag Das wird einfach richtig sweet, ey Der wird dich wahrscheinlich Noch ein bisschen So, ne Aber Ist ja auch schön Gut, da ist er Nein, du bist doch Du hast doch gar kein Carry mehr Oh, richtig Oh, ne, Alter Du bist ein lebender Mensch Wieso Ist doch Du hast keine Versicherung Du kannst nie raus Und du hast kein Damage Deine Bässe weißt Please Bitte feed it nicht I need you Okay Das ist deine Guck mal, hau mal drüber Das steht genau so da Und which Also, Blatimir ist einfach so Okay, okay I try I try I try Du siehst Twitch Und einfach Ich geh erst rein, wenn er tot ist Du wirst jetzt Blatimir heiraten Und du bist vor ihm Okay Du gibst jetzt dem die Krone Ja Und dann verschwängerst du ihn Okay Du bleibst die ganze Zeit bei ihm Blatimir ist der Einzige Der Lol kann hier Wir kletten uns an ihm Wir kletten uns an denjenigen Der uns die Elo gibt Oh, wunderbar Wie gerade Der ist dumm Der sieht das nicht auf der Karte Aber ist okay Oh, wie dumm der ist Nice Wenn die rein Der egg you Ich bin bei ihm Ja, du bist auch bei ihm Nur bei ihm Ja, guck mal, was passiert Ja, der hat nicht Schiss Oh Gott, die Leute Das brauchst du nicht zu versuchen Wie soll er da rüberkommen Wo ist deine Frau Hier, ist doch hinter mir Ja Oh, jetzt hat er geflasht Ist das crazy Oh mein Gott Der will nur tot Der sieht nur tot Hä Hä Ja Ist egal Ich sehe weiter Du heiratest die immer noch Oh, das ist gefährlich Das ist gefährlich Aber du hast ihn gneit Ach, dein Schildner Du wirst ihn nicht töten Nein, das ist ja Olaf, 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 Olaf Stun ihn, Stun ihn Ja Ja Das ist gewonnen Weil wir Wladimir hatten Aber nur deswegen Der Rest war Pure Intok War mal wieder ein erfolgreiches Coaching Naja, das war wirklich erfolgreich Über den Partying habt ihr gelernt Der kriegt alles, Mann Der kriegt dein erstes Kind, Alter 16 Kills hat er Der hat sich richtig gegönnt Etwa in den Details Gehen wir jetzt mal rein Guck mal das Damage Das ist eigentlich 50.000 Das ist eigentlich schrecklich Wenn das Ganze dir gefallen hat Meine Damen und Herren Schaut vor allem bei Maxim vorbei Und abonniert The Channel of Color Abonnieren 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 Jim Jim Ja 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 Hahahaha